Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu den weiteren Game Updates hier am Wochenende und wir schauen einfach mal gleich direkt rein, was aktuell so in der Spielewelt wieder los war. Viel war es diese Woche nicht, einiges bin ich auch gerade selber noch am Zocken. Da ist gerade aktuell zum Beispiel Gosa von Hikareou, äh Hik, Hiki, Hikareou dabei, ist auch Hikareou. Ähm, der ist aktuell in der Version 0.5.9 für die Systeme Windows, Linux, Mac, Android und iOS in den Sprachen Englisch, Russisch, Polnisch, Spanisch und Chinesisch dabei. Hat jetzt also wieder ein neues Update, kurz vor dem 0.6 Update, der gibt ja auch ganz schön Gas, muss ich sagen. Und er ist wieder dabei mit Story Content. Er hat wieder, ähm, Ask Delilah and Kanye about the reason of your release. ähm, Review in Position with Mara und adding three Events with, äh, in the main time will be, ne, will, will lie in the middle of making a real big story event. Dann, ähm, natürlich Peter Bugfix ist auch wieder mit dabei, ne, aber das sind halt nun mal die drei grundliegenden Story Contents, die so mit dabei gekommen sind von Gosa, ne, Guild of Spicy Adventures. So, der nächste auf der Liste, äh, ich hab mich einmal gewundert, als ich das Update gelesen habe, das ist mir nicht von, ähm, vom ECK Bordell, äh, auch vom selben Entwickler. Da sind wir jetzt aktuell in der Version 0.3.2 für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Ähm, neu dazugekommen, neues Girl, ist Nami. Ich hatte gedacht, Nami wäre schon längst mit drin, Nami ist doch immer so ein Standardcharacter, den du überall reinhaust, aber offensichtlich nicht. Nami jetzt aktuell in der 0.3.2 drin, ne, also gibt euch Nami. So, dann haben wir die nächste auf der Liste, ach, genau, in Corrupted Kingdom. Ähm, ja, ich weiß, viele Leute werden sagen, schon wieder Corrupted Kingdom. Ich sage ja, auch Corrupted Kingdom macht einen weiteren Weg. Ähm, sind wir von Arc Games, sind wir aktuell in der Version 0.21.3 plus Special. Für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Könnt ihr euch holen auf Subscriber oder eben halt auf seiner, äh, äh, Developer Seite. Interessant, interessant, habe ich mir nur sagen lassen, denn, Kana, äh, Kana, äh, damit kannst du jetzt Kinder bekommen. Ja, das erste Packer-Matter-System, ich bin mir nicht sicher, ob es davor schon eins gab. Ich habe, wie gesagt, das Spiel noch nicht weitergespielt, aber mit Kana ist es jetzt möglich, wohl ein paar Kids zu bekommen. Da gibt es noch ein Boss Girl, ein New Boss Girl wurde mal mit reingebracht. Ähm, dann, äh, Location, you can, now, äh, Corner links, äh, Contract Location, okay. Äh, Rezepte sind wieder dabei. Oh Gott, jetzt geht das auch noch mit Rezepte los. Und, äh, Bugfixes sind natürlich einige Bugs, die behoben worden sind. Aber, interessant, dass er jetzt das, äh, ja, Schwangerschaftssystem mit eingeführt hat. Ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird. Er ist ja gerade mal erst, ich gucke mal in den Changelogs, wie gesagt, also das Spiel 021.3. Da kommt ja noch eine ganze Menge auf, den ganzen Kram braucht. Wow, ideenreich ist das Spiel auf alle Fälle jetzt schon mal, aber auch sehr big dann nachher. So, Trainingslayer von, äh, Bukaru Devs, die haben auch was Neues rausgeholt. Könnt ihr euch übrigens auf der Patreon-Seite oder auf ichi.io holen. Diesen aktuellen Stand 53, äh, ja, 53.0 für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch. Ähm, da ist jetzt, äh, zwei, nee, eins, also, äh, eine neue Szene für Kannau, dann Kanzaki, hoffentlich alles richtig ausgesprochen. Und, also mal so gesehen, gibt es zwei Szenen. So, zwei Szenen für Kannau und zwei Szenen für K... Kanasaki. So, und Fixed Sheet hat er mit reingebracht. Kleines Update, aber Fortschritte sind ja immer gerne gesehen, ne, auch bei vielen Games. So, Secret Café. Ja, viele Leute werden sich auch wundern über Secret Café. Das Ding macht ja jetzt, das hat ja auch schon ganz schöne Update-Verläufe gekriegt. Ich persönlich finde das auch gar nicht mal so schlecht. Alle Games sind irgendwie ziemlich gut, muss man sagen. Ich finde es immer gut, wenn die Entwickler ja, wie gesagt, immer weitermachen von Ra Alex. Ähm, der ist aktuell in der Version 0.8.3.2 Public Free Download. Also holt es euch, wenn ihr wollt. Bei Windows und Mac. Ähm, könnt ihr euch holen auf der Patreon-Seite, auf Subscribestars, auf und auf EGIO. Oh, so, da haben wir vier neue Events wieder drinne. Dann, ähm, was hat er noch drinne? Event to a secret chain of event. Ähm, you couldn't unlock in the last boss fight. Ähm, dann Event mit Amy and Cynthia. Ist auch wieder was Neues dazu, aber auch erst nach dem letzten Boss Fight. Ähm, Main Event mit Amy and Cookie. Okay. Ähm, Random Repairer. Variable Events with Cookie and Ryu. Ray, ja, okay. Was das ist, das frage ich mal nicht. Ich sehe es mir nicht gerade hier. Ähm, dann hat er auch nochmal, äh, Update all Amy Perks in the Upgrade Menu. Also da sind auch alle drinne. Äh, Change Place of New Events in the Gallery. Äh, Silently Optimized the Code Drawing Game and an Update Menu. Äh, Fix Clark Update, äh, Clarks Update, äh, Clarks Bugs. Mensch, Mann! Fix Clark Bugs, ähm, that, äh, preferred you from getting perfect score. Oh, ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Und dann nochmal zwei weitere Fixes mit reingeballert. Aber auch Secret, ähm, Cares Café geht in die nächste Runde. Nächster. Das ist wieder was für alle Leute, die gerne HTML Games wieder mögen. Ähm, denn auch To The Fullest, äh, hat ein weiteres Update bekommen, ähm, von Royarus. Äh, das ist aktuell in der 0.28 für Windows, Linux und Mac in den Sprachen Englisch. Bekommen könnt ihr das gehen auf Patreon oder auf Subscribe Stars. Ähm, da haben wir jetzt, äh, The Age Club is opening, also ist offen. Dann New Oliver Event, äh, Olivia Event und, äh, Three New Sarah Events. Wer nicht weiß, was The Fullest ist, einfach mal das Video anschauen. Ist ein, ähm, ja, ist ein Game, ist okay, meiner Meinung nach. Also reiht sich so in die Sachen von, äh, von anderen Games, gerade in diesen Sachen mit, äh, wie viel Videomaterial bekomme ich ein. Da kommt nämlich auch noch gleich der Nächste noch mit dazu, der wieder ein neues Update gebracht hat. Plus dazu auch gerade aktuell, das hatte ich ja erst, äh, vor ein paar Tagen aufgenommen, Sinister's Landing, äh, von Flexible Media. Da kommt jetzt auch das neue Update raus. Wie gesagt, das Game könnt ihr euch auf Patreon holen, ähm, auf Steam und auf iGIO und auf Subscribe Stars. So, falls es für euch auf Steam nicht verfügbar sein sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit auf Patreon, ähm, ein 20 Euro Donation oder, ähm, Content abzugeben. Ähm, dann einfach in den Link unten reinschreiben, äh, 20 Dollar gespendet, dann bekommt ihr auch von Flexible Media die Keys für euren Steam-Account. Ähm, und das eine ganze Menge. Okay, ähm, so. Gucken wir mal in die Change-Logs mal ganz kurz rein, ich muss mich mal sehen, was da noch dabei ist. Also in der 0.2.3, er nennt es noch i, ähm, edit a new, äh, UI for training with the girls, ähm, edit a pop-up in the shop to interact not enough gold for precious. Okay, ähm, was haben wir dann noch? Ich gucke mal gerade nach, ob irgendwas Wichtiges ist. Ähm, ne. Also eigentlich nur dieses neue, also es sind UAs neu mit dran. Ah doch, da, Change, Quest, UA in Progress, äh, to, to be continued. Okay. Dann noch eine ganze Menge, äh, Fixes, die er gemacht hat dazu. Also wir kennen das ja, wenn es, äh, also ich persönlich kenne das ja mit, ähm, mit Paradise Lost ja genauso. Das dauert seine Zeit, bis Flexible Media da fertig ist. Die sind ja, wie gesagt, aktuell an zwei Games dabei. Einmal Paradise Lost 2 und einmal gerade aktuell auch hier an Sinister's Landing. Ähm, und man muss sagen, die liefern auch ab. Da kannst du dich nicht beschweren. Also wenn du bei, äh, Flexible Media dir deine Games holst, kannst du sicher sein, die werden fertiggestellt. Das hat man mit Paradise Lost auch gemerkt. Und es wird immer noch weiter geupdatet. Da kommen immer noch ein paar kleine Sachen mit dazu. Und, ähm, bei dem bist du auf alle Fälle auf einer sicheren Schiene. Nächster auf meiner Liste. Oh mein Gott, ich muss das Video irgendwann nochmal aufnehmen, weil ich weiß, es ist, ähm, ziemlich gesperrt worden, weil wegen dem Intro-Trailer, den ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand, äh, Ganko no, äh, Morugati, die School-Stories von den Chapo-Life-Deaths, denn da geht es aktuell gerade auch weiter. Ist kostenlos, könnt ihr kostenlos spielen, entweder auf der Seite von den Chapo-Life-Deaths oder eben teilt auf Subscribe-Stars. Link ist dann mal unten drin, könnt ihr das ganze Ding auch kostenlos spielen, braucht kein Geld dafür bezahlen. So, da sind wir aktuell in der 0.08 für Windows, Linux und Mac in den Sprachen Englisch. Ähm, da ist jetzt mit Remo wieder ein bisschen was Neues mit dabei gekommen. Und mit der Teacher-In geht es auch weiter, also Girlfriend-Part 3, glaube ich, ist das jetzt schon. Und, ähm, das ist hier Sakeyo-Sensei, geht es da auch weiter. Guckt am besten rein, seht euch das ganze Ding an. So, der Nächster auf meiner Liste. Sehr interessant, ähm, er hat ja gerade aktuell ein ziemliches Brett in den Start gefeuert, aber er hat nicht vergessen, ich glaube, ich habe ja aus Versehen die Cancel-Taste angemacht, ne? Ja, oder? So habe ich es richtig. Heil Dictator von Hashima Games. Der hat ja ein Brett rausgehauen in D-Sims, ähm, und ist aber auch bei Heil Dictator immer noch am Arbeiten dran. Das Ding ist ja auch noch nicht mal komplett fertig. Ähm, eine lange, lange Game-Time, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Also, ich selber bin da immer noch nicht durch mit. Ist wirklich eine lange Game-Time. Da sind wir aktuell in der 0.66.1 für Windows, Mac, Linux und Android. Holen könnt ihr euch das Game übrigens auf Patreon oder auf itch.io oder auf Subscribestars. Äh, in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Also, ich denke mal, ähm, ja, Englisch, Deutsch, Portugiesisch, äh, dann über Google Translation, French, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Simplified und Japanisch, Italienisch. Also, auch wieder eine ganze Menge dabei. Insgesamt hat er jetzt aktuell in der 0.66.1, ähm, 190 neue Render-Szenen mit dazu gebracht. Das sind vier New Unequipped Animations, ähm, on the F60 FPS. Muss man das am neuesten reinschreiben? I don't know. Ähm, 16 neue, äh, Scenes sind mit drin. Dann, äh, ja, hier stehen alle möglichen von Age-Scenes drauf, die da drinnen gefeuert, reingefeuert worden sind in den 16 Neuen. Die Main-Story wird weiterhin kontinuiert. Das ist auch sehr geil. Ähm, ich selber muss echt sagen, die Main-Story gefällt mir bei Hell Dictator. Ähm, ist halt nur, wow, sehr langziehend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was ich da alles schon in der Zeit an Hell Dictator wieder reingefeuert habe, ist was Unglaubliches, ähm. Ähm, man muss echt sagen, joa, es macht Spaß, aber wenn du wieder ganz von vorne startest, hast du schon echt ganz schön was zu tun. Nächste Aufmerliste, und ich denke immer die ganze Zeit, es ist beendet. Hm. Ist vielleicht wieder Updates-Sachen? Ich hab no idea. Ah, fuck. So, ich hoffe, das ist richtig. Ne, was ist denn das? Äh, doch. Habe ich das nicht ausgeschrieben? Hm. Ich schreib's einfach so, Single Again. So, äh, von Clever Names Games. Ähm, das Spiel könnt ihr euch übrigens auch von der Patreon-Seite holen oder auf itch.io. Äh, aktuell Versionsnummer 1.3.2 für Windows, Linux und Mac. War ein bisschen irritiert. Warum mehr? Ich dachte, das Spiel sei abgeschlossen. Ähm, äh, in Stats on Monday morning after Lilith stayed over. Okay. So, okay. And the update ends on Tuesday nights. Aha. Maiko, äh, Miko is the main focus of this update. But Lilith and Rebecca, ähm, also get some decent screen time. Ähm, aha. Also. Maiko ist in diesem Update jetzt voll drinne. Da kriegt ihr vollen Fokus gerade aktuell in diesem Update, in den 0.23. Mit, äh, Lilith und Rebecca kriegen aber auch ein paar, äh, Screen Times mit dazu. Ähm, ich hatte erst gedacht, das Spiel ist abgedreht. Single Again. Hm. Interessant. Muss man irgendwann auch mal wieder reingucken. Ja. Ja. Ich sag ja, reingucken. Gute Frage, äh, gute Schnittstelle. Ich bin jetzt aktuell gerade dabei, äh, mir, ähm, mal sehr intensiv Stranded Times mal wieder rein zu pfeifen. Und ich spiele das ganze Spiel mal ohne Cheats. Und, äh, wow, Fristzeit. Kann ich euch sagen. Ich bin jetzt insgesamt schon, ich würde sagen, über zwei Stunden dabei. So, ähm, so, High School Days von El Chikero hat auch wieder ein Update bekommen. Der übrigens, freu ich mich echt, der ist ja auch wieder dabei. Ähm, lange, lange, ich hatte erst gedacht, das Ding wird vielleicht doch ein Querschoss werden, dass er das nicht weitermachen wird. Aber er ist der Sache wieder zurückgekommen und hat seitdem her auch ordentlich nachgeliefert, muss ich sagen. Ähm, der, das Spiel könnt ihr auf der Website euch angucken, auf Patreon euch holen, auf Subscribestars oder auf EGIO. Das aktuelle Stand ist jetzt die 0.162 für Windows, Linux, Mac und Android in den Sprachen Englisch und Spanisch. Äh, was hat er denn? Das ist aber, na, ich muss jetzt mal eben ganz kurz nah lehnen, weil er hat zwei Sachen rausgebracht. New, äh, in der New Version ist ein Fix Release gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ähm, nee, da, so, Fix in den ganzen Sachen. Das ist also eigentlich ein Fix Update. Um, time some players, um, it is give a flash positive, positive with the Microsoft anti-virus. Ah, okay, anti-virus. Uh, log Microsoft say, uh, it's a virus error. Dude, uh, to have an update version of this database. Um, anyways, um, this version is complex, äh, komplett on, äh, MAC, to give players, äh, ah, okay. Okay, ich sehe, es gab ein Problem mit dem Anti-, äh, Microsoft, dem Anti-Virus-Programm. Das hat das Ding halt als Virus anbekommen, äh, angetrisert. Und er hat jetzt das Format ein bisschen umgeändert, sodass das wahrscheinlich, hoffentlich, jetzt nicht mehr kommen sollte. Ähm, for some players, Catgirl is no showering. Okay, äh, das war wohl auch, das hat er wohl gefixt. Und, äh, äh, fix not be able to go to the pool with Sophie after the Gala. Okay, das wurde auch gefixt. Ähm, Hauptfixgrund war wahrscheinlich der Microsoft, äh, Virus-Bug, äh, der Virus-Teil, der für dieses Spiel enthalten. Weil, ja, wenn du das runterlädst und dein Virus-Programm dreht einfach mal völlig durch und, äh, will nicht, dass du das installierst und dies und das alles. Ist schon komisch. Kann vielleicht eine Datei drin sein. Manche werden da echt gleich skip-dash und misstrauisch und dies und das alles. Und fragen dann natürlich nach, woran das liegen kann. Wurde was Neues installiert? Ist was Neues mit dazugekommen? Ist es die richtige Version? Aber, ähm, El Chicolo, äh, Chicolo hat gleich mal drauf geantwortet und eine bessere Version rausgebracht, die hoffentlich nicht mehr mit euren Virus-Programmen durchdrehen wird. So, dann haben wir noch den letzten auf der Liste. Auch wieder ein schönes Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, so, Refuge of Amber, ähm, von Escape Sausage. Der hat ja auch, ja, in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr mal gebracht. Also es kam regelmäßiger, sagen wir mal so. Könnt ihr euch holen auf Patreon, Subscribestars, Steam, wenn es für euch verfügbar ist. Oder auf Itchy.io. Ähm, aktuell in der Version 0.15b für Windows, Linux, Mac und Android. Da, da haben wir mal eben ganz kurz mal rein. Oh Gott, ja. Also er hat mal wieder 27.000, äh, 27.560 Wörter reingeballert in die Main Story. Ähm, edit the Prologue, day 0 and day 1 review with more spirit animations. Okay. Er hat also den Prolog nochmal bearbeitet mit mehr Animationen reingepackt, was ich auch ganz interessant finde. Äh, new background, äh, two slum backgrounds. Okay. Rework all. 31 Averine Spirit Eyes. Okay. Äh, dann hat er nochmal sechs neue Münder für Averine. Averine? Averine? Und sehr viele Sachen mit reingebracht. Bei Lea auch neue Sachen mit rein. Lucy, ähm, Luxin. Richtig, auch ganz viele. Das sind, das sind, ähm, das sind, das sind, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Mund und Neck und Forehead und sonst was alles Sachen, die dort eben halt nochmal neu bearbeitet worden sind. Und Purples und sonst was alles, das sagt er hier auch, da sind eben halt zwischen, ich sage mal, das fängt an, ähm, zwischen sechs bis sogar neunzehn. Bei Luki, Lusin sind das zum Beispiel neunzehn Spirit Eyes Animations mit dazu reingekommen. Ähm, das ist alles gereworked worden. Er hat eine ganze Menge reworked. Müsste man sich da nochmal ansehen. War vielleicht unzufrieden mit dem Style von seiner, von seiner Sache selber. Und hat dann losgelegt und nochmal alles neu reworked. Ich gucke mir noch weiter ran, was da noch neu mit dazugekommen ist. Äh, aber Story. Komplett ist nichts Neues. Doch, ja, klar. Äh, diese 27.000 in der Main Storyline. Doch, in der Main Storyline geht es wohl weiter. Und den Prolog hat er nochmal bearbeitet. Ui, 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 ui. Oh, wieder ordentlich was wieder reingefeiert worden in Refuge of Embers. Mal schauen, mal sehen. Muss ich mir auch irgendwann mal ansehen. Aber aktuell 15b. Naja, ich sage immer so, im Mittelteil gucke ich da mal gerne nochmal wieder rein. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.